Tagesbotschaft Diese steht numerologisch unter der Zahl 5 und heute ist das Thema Optimismus, optimistisch bleiben. Wir schauen mal, wie das sich mit unserer heutigen Karte berührt. Ah, das passt sehr gut. Wir haben hier heute das Solaplexus Chakra, die Lebensfreude, die Lebensmitte. Dieses Chakra ist heute besonders aktiv und stark in Verbindung mit der Zahl 5 und dem Optimismus, der ja auch für die Lebensfreude, für die Lebensmitte und für die Lebenskraft steht. Also lasse heute deine Lebenssonne leuchten. Wer weiß, vielleicht ist uns heute auch ein sonniger Tag beschert. Es wäre uns zu wünschen, das bringt unsere innere Sonne noch mehr zum Leuchten. Sollte das so sein, dann nutze den Tag auch etwas in die frische Luft zu gehen und wirklich ein paar Minuten Sonne zu tanken. Ich wünsche dir einen wunderschönen Tag.